Tagebuch, 20.09.2015, 14.30 Uhr, ich bin wieder zurück in Dänemark, auf der schönen Insel Römel, werde ich da noch sehen nachher. Erstmal bevor ich es vergesse, Jennifer, alle guten zu deinem 17. Geburtstag. Ich wünsche dir, dass das wunderbar mit deiner Ausbildung klappt und dass du zufrieden mit deiner Firma bist. So, jetzt wieder für alle. Ich habe jetzt als Ziel den 9. November und ich hoffe, dass ich den Brücken wieder hinkriege. Geldmäßig ist es wieder kein Problem. Ich hoffe nur, dass ich heute zu Hause endlich meine Bilder, wo ich die jetzt neu habe, endlich bearbeite, dass ich die für Druckkarten schaue. So, das ist jetzt eigentlich der letzte Fall noch fehlt, aber ich bin unglaublich. Ich bin geflüchtet, ich musste einfach mal wieder ans Meer, vor allen Dingen auf die Insel, wo ich schon lange nicht mehr war. Die ist ja übrigens noch gar nicht. So, ich wünsche euch was. Bis bald. Ich zeige euch noch ein paar schöne Bilder hier, natürlich auf den Link. Ciao, euer Glückwunsch. Ciao, euer Glückwunsch. Ciao, euer Glückwunsch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.